Eine Idee kann einem winzigen Funken Inspiration entspringen. Natürlich braucht es Zeit und Einsatz, damit die Idee sich verwirklicht. Sie zeichnet sich immer klarer ab, nimmt Gestalt an, formt sich und wächst heran. Dann, mit einem einzigen Anlauf, breitet sie ihre Flügel aus. Sie lässt sich von der Lust aufs Neue tragen. Über Regionen und Grenzen hinweg. Die Idee reist von einem Geist zum anderen, von einer Hand zur anderen. Sie inspiriert und nährt sich von neuen Partnerschaften. In einem Atemzug erfüllt sich die Idee mit Leben und steigt in die Lüfte. Um sich weit jenseits aller Vorhersagen zu entwickeln. Weit jenseits dessen, wovon ihre Schöpfer zu träumen wagen. Ideen führen uns zusammen. Gemeinsam versuchen wir sie zu verwirklichen. Gemeinsam sind wir die Kraft des Wandels. Und wir wollen sie zu grands. Ich weiß große, die Mutter aufgemacht wurden. In der Tatjungen war eine Schöpfung und die Schöpfung im Frieden.